Erster Tag Skifahren in Südtirol, wie man so schön hört, nach dem wunderbaren Italienisch. Das Kind hat irgendwie keinen Bock. Auf dem Berg, nicht auf dem Berg. Unten fahren, nicht unten fahren. Wir gehen Skifahren, wir gehen Skifahren, wir gehen Skifahren. Das Kind liegt im Schnee, der Papa hilft auf. Sie hat keinen Bock mehr, ist hier zu lang. Jetzt hat sie erreicht, was sie wollte, sie ist auf dem Arm. Jetzt geht es so schön schnell, wie man es möchte. Heute Abend gibt es ein Skirennen und ich bin angemeldet. Natürlich werde ich für die Kap Verden die Medaille nach Hause holen. Ich bin angemeldet. Untertitelung des ZDF-Ratsmouth Langsange es zu sehen, warum man so schwer, wenn man so schwer, weil man so schwer wie ein Gemälder sagt. Vielen Dank.